Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Und zwar präsentieren wir euch heute die neue Baureihe 101 von Märklin mit Artikelnummer 39376. Mit allen Funktionen erstmal und dann werden wir den natürlich klassisch an den IC1 kuppeln und ein paar Runden damit fahren. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Achtung, wir fährten kürzender Schnellzug von München nach Hürde gehen. Bitte jetzt rumdrehen. Wir fährten kürzender Schnellzug von München nach Hürde gehen. Sifa, 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 Sifa. Sifa, 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 Sifa. Sifa, 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 Sifa. Sifa, 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 Sifa. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bitte, es ist okay. Vielen Dank. 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 Und abonniert. Das wäre fein. Ciao.